Nach fünf sieglosen Spielen konnte das DFB-Team tatsächlich wieder einmal einen Sieg einfahren und das tatsächlich ohne Flick und mit Rudi Völler an der Seitenlinie. Vizeweltmeister Frankreich wurde dabei mit 2 zu 1 besiegt und das Spiel möchte ich heute mal besprechen. Zunächst einmal formal die Highlights mit den Toren, da haben wir direkt mal ein frühes Tor. Aus dem Positionsspiel heraus ist es Gnabry, der auf Henrichs legt, der in Vers eingelaufen ist und der dann den Ball zurücklegt in die Mitte auf Thomas Müller, der den Ball annehmen und abschließen kann zum frühen Tor. Das Ergebnis konnte man dann auch verwalten. Frankreich hatte so ein paar Chancen und Torannährungen, aber wurde nicht hundertprozentig gefährlich und vor allem nicht dauerhaft. Deshalb war es vor allem zur Mitte des Spiels eher ein Highlight-armes Spiel. Was sich dann aber in der Schlussphase noch einmal geändert hat, denn da war es eben ein Beigewinn von Tart, der auf Havertz weiterleitet, der dann eben Sané in die Tiefe schickt und der dann halt eben vor Mignon einschiebt zum 2 zu 0, wo man dachte, das ist die Vorentscheidung. Aber dann kam nochmal Frankreich mit Kamavinga, der eben einen Elfmeter rausholt gegen Sané. Den Grießmann dann eben verwandelt, macht dann noch so ein paar Witze mit Ter Stegen. Aber alles in allem war das dann letztendlich ein Sieg für die Mannschaft. Verdient mehr oder weniger ja, man hatte auf jeden Fall den Spielverlauf auf seiner Seite mit dem frühen Tor. Ansonsten war für mich persönlich die größte und positivste Veränderung, wie man eben gegen den Ball gespielt hat. Da ist mir vor allem die Härte, aber auch der Wille zum Verteidigen aufgefallen. Vor allem Emre Can, gut, das ist klar, das weiß man, dass er es kann, aber der hat wirklich defensiv ein extrem gutes Spiel gemacht auf der 6, während Kimmich ja verletzt draußen saß. Vielleicht ist ja gar nicht Flick der Grund für die Krise gewesen, sondern Kimmich, denn der restliche Teil der Mannschaft war ja der gleiche. Aber nein, Spaß beiseite. Ich denke, Kimmich ist natürlich dennoch ein Spieler, der der Mannschaft dennoch noch weitergeholfen hätte. Und der Trainerwechsel hatte jetzt positiven Effekt. Dennoch sollte man meiner Meinung nach nicht an diesem Trainerteam festhalten. Das ist ja eigentlich auch so klar kommuniziert. Und man wird eben morgen auf die Suche nach einem neuen Bundestrainer gehen. Taktisch gesehen war es auf der Seite von Deutschland eben extrem simpel. Also da war die Anweisung, glaube ich, einfach, wir spielen 4-4-2. Teilweise war es 4-2-3-1, so ein Mix halt eben gegen den Ball ganz klar 4-4-2. Mit je nachdem auch. Vor allem im Aufbau war es eigentlich recht simpel, aber erfolgreich. Eben nicht allzu komplex für die Mannschaft, sodass sie es eben auch umsetzen konnten. Mit recht engen Sechsern, dafür recht breiten Zehnern, die aber tief standen, ohne einen klassischen Stürmer. Aber dafür hat man dann eben die Flügel extrem hoch positioniert und auch je nachdem recht breit. Und das hat auf jeden Fall recht gut funktioniert. Wenngleich man sagen muss, Frankreich war nicht unbedingt der Top-Gegner, den man von dem Namen erwarten könnte. Auch von den Namen, die auf dem Feld standen, war das jetzt nicht unbedingt die Leistung, die man da in einem Pflichtspiel von denen erwarten könnte. Gefühlt hat Frankreich so ein bisschen wie wir unter Löw und Flick gespielt. Also viel Ballbesitz, aber recht wenig kreatives Output, wenig Chancen rausgespielt. Wenn dann mal welche kamen, dann hat man sie nicht genutzt. Also ja, eher ein behäbiges Spiel und nicht unbedingt das, was Frankreich ausmacht. Aber wohl auch dem frühen Rückstand geschuldet. Und auch die Wechsel von Deschamps fand ich jetzt nicht wirklich sinnvoll. Waren jeweils 1 zu 1 Wechsel und keine wirklich offensiven Wechsel trotz des Rückstands. Und dann bringt er auch noch einen defensiven Sechser mit Fofana für Rabiot, der eben auch als eigentlich gelernter Achter linksaußen gespielt hat. Dann ist eben Kammerwinger auf linksaußen gegangen. Also ja, er hat an seinem Matchplan festgehalten, der ohnehin recht defensiv war. Gegen den Ball in einem 4-1-4-1-Midblock mit Grießmann als kreativen Zehner. Und Chouameni, für mich mit Abstand der beste Spieler des Spiels, auch wenn man ihn mit den Deutschen vergleicht. Der war wirklich die Definition einer Holding Six, wie Thomas Tuchel sagen würde. Gegen den Ball überragend, aber auch mit Ball. Dennoch seine Position gehalten und immer wieder auch Konter im Keim erstickt von der deutschen Mannschaft. Also das war wirklich eine Masterclass seinerseits. Aber wenn wir auf die Deutschen zurückkommen, so fand ich die Aufstellung eigentlich ja recht ungewohnt zunächst. Dass Tarr Rechtsverteidiger gespielt hat. Aber man muss sagen, er hat seinen Job echt gut gemacht gegen den Ball. Auch auf der anderen Seite durfte Henrichs endlich mal spielen. Ist ja eigentlich RV, aber hat es auch auf links gut gemacht. Und der Hauptgrund für den Erfolg war meiner Meinung nach auch, dass die Außenverteidiger vor allem defensiv echt gut standen. Henrichs auch nach vorne ein paar gute Aktionen, vor allem beim 1-0. Und so dann letztendlich auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, vor allem für das Gefühl. Und man kann sagen, das war auf jeden Fall eine gute Reaktion, ja. Aber es stellt sich dennoch so ein bisschen, wie nachhaltig dieser Erfolg denn jetzt ist. Denn man hatte schon ein bisschen Spielglück und konnte dann das Ergebnis verwalten, indem man gut hinten drin stand. Was an sich schon lobenswert ist, weil man das unter Flick so eigentlich nie hinbekommen hat. Oder den Ball dann durch die eigenen Reihen laufen ließ, ohne da jetzt ganz grobe Fehlpässe drin zu haben. Aber viel nach vorne ging dann auch nicht in der Phase und dementsprechend würde ich das Ganze jetzt nicht überbewerten. War dennoch ein gutes Spiel, aber jetzt kein überragendes. Und man sollte jetzt dennoch nicht meinen, dass man in der Weltspitze zurück ist. Das ist noch ein langer Weg. Und ich würde auch sagen, wenn man so ein bisschen das Spiel vergleicht, war für mich ehrlich gesagt auch das Frankreich in der Form. In dem Testspiel schwächer wie Japan als Gegner. Auch von den Stärken der Spielern, da war es bei Japan eher so das schnelle Dribbling, was den Deutschen einfach nicht so lag zum Verteidigen. Also Japan für mich ehrlich gesagt der schwerere Gegner, auch wenn die Performance der Deutschen ganz klar in dem Spiel besser war. Und dementsprechend geht der Sieg auch in Ordnung. Auch das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans hat eben mit der stimmenden Leistung gestimmt. Und das sollte einen Kai Havertz ja zufriedenstellen. Ich bin auf jeden Fall auch erstmal zufrieden. Ich hoffe ihr auch mit dem Video. Falls ja, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.